Moin. Auf geht's nach Schwäbisch Hall. Sau früh am Morgen, aber wir wollen im stärkeren Wind aus dem Weg gehen. Der Kollege lässt schon die Karre warmlaufen. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da hinter mir irgendwo. Ja, lässt schon sein Flieger warmlaufen. Das war's. So, Flugplatz Schwäbisch Hall, super Landung, Riesenplatz und ich habe echt keine Ahnung, wenn ich jetzt auf die andere Seite bzw. in den Ort komme, ist auch egal, ich habe den ganzen Tag Zeit, weil ab jetzt bläst es nämlich ziemlich, oben war es auch schon sehr windig, hatte 40 bis 50 Kilometer Gegenwind, aber dank der schnellen Sulu null Problem. Ganz schön viele Gästchen hier, rauf, runter, rauf, runter, naja, Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020 Stadtbesichtigung beendet. Lecker gegessen. Jetzt werde ich gleich abgeholt von einem Mitarbeiter vom Flugplatz. Supi. Und dann mal gucken, wie die Bedingungen sind auf dem Rückflug. So, Schwäbisch Hall, auch genannt der Adolf, gefühlt auf dem Platz. Das erste kommt mir so schlecht über die Lippen. Sehr geil. Super Service. Die haben mich hier vom Flughafenpersonal in die Stadt gefahren und auch wieder abgeholt für 10 Euro an Nehmannschaftskassen. Sehr geil. Schönen Tag verbracht. Und jetzt mache ich mich langsam fertig. Wind soll ein bisschen weniger sein. Thermisch ist es wahrscheinlich noch. Aber dann fliegen wir einfach hoch. Ganz hoch. Nicht viel los. Drei, vier Flugzeuge hier auf der Abstellfläche. Und da drüben kein einziger Businessjet. Ist halt kein Freitag. Teufel, das ist das erste Mal. Alles Gute. Schönen Tag, da drüben kein Buch. Schönen Tag. Ich bin hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Nach einer Stunde 45 wieder zurück, war okay, wenn man hoch fliegt, am Anfang bockig, am Ende bockig, kein Thema. Jetzt muss ich noch meine Tasche rausholen und dann trinke ich erstmal eine Cola. Die Tasche bekommt man bei diesem Flugzeugmodell nur mit einem Spezialschlüssel. Andere sagen Schraubenzieher oder Schraubendreher aus der Verpackung. Man muss dafür sechs Schrauben drehen. Ah, es sind auch nur fünf. Dann macht man die Kiste auf und sieht, eine Tasche und eine Wechselhose. Hier könnten 18 Kilo rein. Ich glaube, das steht da auch irgendwo. Ist genau auf dem Schwerpunkt. Eigentlich eine super Sache. Bis auf den Verschluss hier. Ziemlich nervig. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020